Gut, ähm, ja, hm, wovon haben wir denn jetzt genug? Ducktape haben wir nur eine Rolle, zu Hause, glaube ich, soweit ich weiß. Ein Hammer haben wir, haben wir, haben wir, glaube ich, schon im Kofferraum. Können wir eigentlich mal hier lassen. Ähm, Rad, das Rad würde ich gerne mitnehmen. Hm. Hm. Okay, das kann man in puren Alkohol verwandeln. Hm. Für Bandagen oder für Molotows. Wäre eigentlich gar nicht so dumm. Ach man, ich weiß nicht. Das Wasser wäre mir aber erstmal wichtiger, ganz ehrlich gesagt. Auch wenn die Flasche nicht so wahnsinnig voll ist, aber... Gut. Gut, dann müssen wir das erstmal hier so lassen. Das ist natürlich ungünstig. Ich will das alles mitnehmen. Wir brauchen unbedingt noch einen größeren Rucksack. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Gut. Wir sollen den Lappen nicht mitnehmen können. Ich dachte eben, hier steht ein Klo, aber dann doch nicht, glücklicherweise. Hätte mich auch sehr gewundert hier im Kinderzimmer. Aber alle haben irgendwie dieselbe Ausstattung. Hier ist ein bisschen, naja, repetit. Noch einen Lappen, können wir nicht mitnehmen. Ach, hier noch eine verschlossene Tür. Hier ist wahrscheinlich das Elternschlafzimmer. Natürlich. Was ist das? Garf Ammo. Cool. Ähm. Nochmal drei Lappen. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, dass da zwei Spiegelschränke ineinander stehen. Aber gut. Ach, hier. Noch mehr Muni. Die nehmen wir mit. Wo ist die passende Waffe dazu? Ich weiß es nicht. Nee, Zeug. Ach, Mann. Davon haben wir gerade ganz wenig, nur zu Hause. Ah, wie dumm. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Hm. Was macht man da? Also hier lassen kann ich nichts. Da müssen wir später nochmal wiederkommen. Da will ich mich mit Sicherheit dran erinnern, welches Haus das ist. Mit Sicherheit. Ähm, was ist das? Leere Flasche. Gut. Haben wir im Kofferraum. Brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel davon. Sobald wir einfach noch nicht so viel Alkohol herstellen können. Gut, dann wollen wir mal wieder. Weißt du, es muss die Haustür nach vorne hin aufbrechen, bis von hinten rein. Kommt von hinten rein, kommt von der Seite durch die Garage rein. Aber die Haupthaustür, die weiß ich, die muss aufknacken. Na ja, gut. Machen wir vielleicht mal zu. Hätte ich vielleicht auch mal zu machen sollen. So. Gut. Gut, 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 gut. Dann wollen wir mal weiter Richtung Ortsausgang. Ja. Ich lerne es irgendwann. Irgendwann. Das ist die nächste Hütte, ich fasse es nicht. Warum ist ein bisschen Licht an? Weil ich es angemacht habe, glaube ich. Gerade eben. Wegen meinem dicken Finger. Äh, hm. Also, sag mal. Kannst du nicht mal so einen kleinen Karton rüberspringen. Ah, hier ist Sprit drin. Das ist gut. Den saugen wir noch mal kurz ab. So, jawohl. 15,9 Liter. Hier noch irgendwas. Ja, eine Cola. Die wir gerade zwar nicht unbedingt brauchen, aber doch, komm, den trinken wir mal aus. Ja, gut. Weil es ein bisschen sehr überflüssig ist, dass wir das gemacht haben, aber gut. Hier ist nichts drin. Hier ist auch noch mal Sprit drin. Das passt auch noch rein in den Kanister. So, sonst ist hier auch nichts. Sehr schön. LKWs können wir nicht looten, ne? Nee. Hätte ja sein können. Hier ist wieder eine leere Flasche. Das sieht doch aus wie ein Haus, was man... Nein, das kann man nicht bewohnen. Na, schade. Schade, schade. Ja, hier müssen wir noch mal wieder kommen. Aber deswegen suche ich jetzt auch gerade die Autos so ein bisschen ab. Damit wir das schon mal hinter uns haben. Aber daran werde ich mich mit Sicherheit dran erinnern. Bestimmt. Bestimmt. Oh, die Texturen werden hier etwas flacher. Oder ist das Wasser? Das ist Wasser. Gut, alles klar. Oh, noch ein Helm. Oh, Mann. Wo soll ich den ganzen Kram hinschmeißen, Mann? Hier ist nichts drin. Cool, jetzt haben wir einen Sworthelm auf dem Kopf. Hm. Wir haben ja schon einen gesammelt. So, wenn die Farm in der Richtung ist, dann könnten wir theoretisch von hier aus wieder da hinkommen. Theoretisch. Wollen wir mal hoffen. Okay. Okay. Und hier ist der Highway. Die Tagstelle. Cool. Ist das jetzt dieser Highway? Die Autos kann man, glaube ich, nicht looten. Wo wir dauernd drauf fahren. Also zwar nicht dauernd, aber schon des Öfteren. Ach, hier ist noch Fleisch und Getränk. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ach, verflixt. Das ist ja ärgerlich. Ach, Mann. Erst Wagen starten und dann erst losfahren. Ein Bär. Warum zieht den Wagen so nach? Ich weiß nicht, warum er nach rechts zieht. Alter, Bär. Was ist denn? Unverschämter Bär. Oh, da ist Stau. Okay, da kommen wir nicht. Vielleicht kommen wir dran vorbei. Mal gucken. Dem müssen wir überfahren. Geht aber nicht, schade. Okay, okay, okay. Was ist hier? Was machen wir hier schon? Die machen wir auch noch nicht. So, auch mal gucken, was da ist. Aber das machen wir, wenn wir unser Inventar mal ausgeleert haben. In unserer schönen Hütte. Oder wollen wir... Komm, wir suchen uns nochmal ein neues Zuhause jetzt. Und dann schauen wir mal. Höh. Das ist so eine große Bude. Alter, die kann man sogar... Die kann man haben? Oh. Okay, das ist... Das ist interessant. Und gar nicht mal so schlecht. Hm. Okay. Das ist ja erfreulich. Das ist eine Axt. Hier ist... Da ist eine Axt. Achso, das ist ein Stumpf. Okay, wahrscheinlich zum leichteren Holzacken. Die ist ja schon ganz gut ausgestattet. Hallo? Ist hier irgendjemand? Nein, das ist gut. Eine Küche. Ist sogar intakt. Zwar kein Herd drin, aber gut. Eine intakte Küche. Gut, hier kann man nicht durch. Ein Bett. Okay, gut. Dann bräuchte ich mir keins machen. Habe ich das nicht schon? Weiß ich gerade gar nicht. Hm. Okay. Ich würde sagen, das ist jetzt erstmal unsers. Würde ich sagen. Set as base. Small house is set as base. Wie schön. Dann ist das jetzt unsere Basis. Schmeißen wir den ganzen Kram hier irgendwo rein. Dass wir den ganzen Kappels erstmal loswerden. Oh, hier ist sogar noch Trinken drin. Das finde ich toll. Finde ich super. Sonst Essen, Nahrung haben wir keine. Alkohol, ja gut. Kann man trinken, muss man nicht. Ähm, Rifle Money habe ich gerade nicht dabei. Streichhölzer, gut. Ja. Da, ach, hier ist nochmal Streichhölzer. Gut, alles klar. Hier ist nochmal Essen. Gut, hier ist überall noch was drin. Alles ein bisschen unsortiert, aber okay. Streichhölzer. Hier sind Getränke. Nochmal Fresserei. Hier kommen die Lappen erstmal rein. So, mit dem Alkohol natürlich. Autoteile, äh gut, die schmeißen wir erstmal hier rein. Salz kommt da raus. Auto, Auto-Krempel kommt erstmal hier rein. Der Sprit zum Beispiel kommt auch da rein. Erstmal. Erstmal kommt da alles rein. Teile, die Teile, die kommen erstmal hier rein. So, hier, das hier. Das vielleicht nicht, ähm. Ich weiß nicht, Holz. Holz vielleicht mal hier hin. Mit dem Gafferband und dem Zip. Zip, 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 zip. Zip und zep. Hm, schade, dass das nicht am Haus angeschlossen ist. Das Garagending. Warum hat das hier eigentlich gar keine Tür? Oh, Scrap. Brett. Bottle. Scrap. Das eine war übrigens Komponenz. Das war keine, war kein, war kein Scrap. Ähm, okay. Schön, dass wir noch so schön viel Zeug noch liegen haben. Das ist schon mal sehr gut. Gut, gut. Ist nix. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Und hier ist auch nichts. Okay. Okay. Ich möchte noch nicht so weit vom Haus entfernt stehen. Aus Gründen. So. Immer die Handbremse anziehen, bevor man stehen bleibt. So. Bevor man aussteigt. So. So, gut. Das Holz. Das können wir eigentlich gleich in der Garage rausschmeißen. Reifen. Das noch. Das haben wir auch schon irgendwo einsortiert. Gut. Das und das. Das weiß ich noch nicht wohin damit. Das könnte ich mir vielleicht schon denken. Da haben wir glaube ich schon einen Platz. Und jetzt sind wir wieder voll. Ach, ist ja toll. So. Mal gucken. Äh. Autoteile. So. Kanister. Kanister. Mr. Kanister. So. Dann haben wir hier noch diese Dinger. Ist das auch voll? Machen wir so. Holz. Wo hatten wir jetzt Holzringen geschmissen? Da oben, ne? Ja. So. Jetzt kommen wir da hin. Das kommen. Das packen wir auch erstmal hier in den Küchenschrank rein. Zwei Kilo Holz. Warum nicht? Warum nicht einfach mal in einen Küchenschrank, in einen Hängeschrank reinpacken? Öfter mal was Neues. Moment. Da waren auch noch mehr. Noch Möhr. Da war noch mehr Holz bei uns im Inventar. Ähm. Nägel. Haben wir nicht schon Nägel irgendwo gehabt? Den haben wir. Der macht sich da irgendwie gar nicht gut da unten. Da ist nichts. Da ist Fresserei drin. Das ist okay. Da kann aber auch Salz auch mit rein. Jetzt muss ich mich natürlich wieder umgewöhnen hier. An die ganzen Kappes. Eieiei. So, so, so. Noch die Axt auch noch rein. Flaschen. Was waren das? Hier unten war der Kram. Alter. So viele Komponenzen. Und es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Oh hier. Unser Brecheisen hält auch nicht mehr lange. Interessant. Wo packen wir die Flaschen hin? Keine Ahnung wohin. Oh gut, komm. Packen wir uns erstmal hier in die Schublade rein. Da sind zumindest auch noch ein paar andere Flaschen drin. Jetzt müssen wir noch weiter machen. Mal weiter das Auto leer. Ach, hier sind noch mehr Flaschen. Wie schön. Fressen. Tabletten. Steine. Messer. Säge. Motor. Den packen wir natürlich auch noch in den Küchenschrank. Wenn er reinpasst. Mit den beiden Batterien zusammen. So, und schon ist das Auto soweit leer. Yeah. Sehr gut. Das war hier unten, ne? Ja, nee. Das war hier unten, ne? Ja. Gut. Motor. Noch ein Motor. Zündkerze. Zündkerze. Und zwei Auto Batterien. Und dann ist der Schrank auch voll. Gut. Passen wir mal einfach zwei ausgewachsene Motoren rein. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Dann haben wir hier noch eine Menge Platz. Da brauchen wir aber gar nichts. Ah, hier. Hier waren die Flaschen. Essen war... Boah, weiß ich gerade noch nicht mehr. Hier haben wir noch mal Essen. So. Tabletten. Penkler. Könnte man eigentlich hier mit reinspeisen. Steine. Steine kann eigentlich zum Holz mit dazu. Holz. Da ist Holz. Steine. Säge. Ach du Angst. Nicht so viel gekrempelt haben wir jetzt hier. Messer. Säge. Die Eimer lassen wir mal hier im Inventar. I. Grünes Wasser. Naja gut. Ähm. Hm. Jetzt müssten wir eigentlich theoretisch zurückfahren, aber so mitten in der Nacht möchte ich das ehrlich gesagt nicht so gerne machen. Hier nehmen wir natürlich auch noch mit das Zahnrad. So. Wo packen wir das wieder hin? Ich habe keine Ahnung. Da passt nichts mehr. Hier kommt. Da rein. Ein Zahnrad. Schön. Guti guti. Guti guti. Hm. Ich mache mal. Ich freue mich aber die Haustür zu. Jojojojojo. Und ich habe gefunden. Ich habe sie gefunden. Die Taschenlampe. Wir haben tatsächlich eine Taschenlampe. Ich habe mir nur nochmal die. Die Steuerung nochmal angeguckt. Aber wir sollten sie nicht immer anhaben. Weil die natürlich auch von Banditen auch gesehen werden kann. Habe ich da gerade was gesehen? Ne ne? Ne ich glaube alles gut. Ganz schön hell ist das hier drin. Na gut. Hm. Können wir mal kurz klein machen. Die Tische. Und los. Jawohl. Das dauert immer. Bis immer so ein Tisch klein gekloppt ist. Dankeschön. So ein Staubsauger. Erstmal wieder alles aufsaugen. Gut. Alles da. Uns Wohnzimmer ist somit. schön leer. Schön schön. Durability is strong. Das ist schön. Jojo. Holz. Wo war das? Hier war das. Hier ist Holz. Holzi. Holzi. Hm. Gut. Wir haben eine neue Behausung. Jetzt müssten wir allerdings unseren anderen Krempel alles rüberholen. Hm. Aber sonst habe ich hier keine anderen Häuser gesehen. Außer die kleinere Hütte an dem See an der Farm. Aber. Ja, ich weiß nicht. Wir können wir erstmal resten. Das wäre echt toll. Hunger haben wir. Wir haben natürlich noch Hunger. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Müssen wir natürlich noch was essen. Essen, essen, essen. Äh. Hier. Den hier. Damit trinken wir auch gleichzeitig. Ewig wird das auch nicht vorhalten. Aber es wird für einen Augenblick reichen. Und in unserer Hütte haben wir ja durchaus auch noch ein bisschen Fleisch noch zu kauen. So wie lange ich schlafen war. Wir schlafen einfach mal neun Stunden. Und dann reicht das hoffentlich auch. Ja. Und wir sind nicht mehr ermüdet. Na endlich. Ich weiß nicht. Ist das so, dass das im Bett vielleicht ein bisschen, ein bisschen leichter geht, sich zu erholen. Statt auf dem Fußboden. Ich meine, ist ja im richtigen Leben auch so. Hm. Gut. Dann wollen wir mal. Wir gucken erstmal hier nochmal die Autos nach. Ob hier noch was Schönes zu holen ist. Ja. Wie schön. Wasser und Lappen. Ähm. Noch was? Noch ne Sola. Cool. Noch was? Nein, aber ich sollte vielleicht ein Kanister noch mitnehmen. Wäre vielleicht nicht das Blümmste. Was haben wir hier? Scrap. Gut. Scrap ist immer gut. Hier ist nix drin. Das ist gut. Für den Augenblick jedenfalls ist das durchaus in Ordnung. Schokoriegel, noch ein Messer. Mit den Messern können wir uns tatsächlich selber hier abwerfen. Können wir unser Messerwurf-Skill verbessern. Wie auch immer, gibt es ja natürlich nicht, aber naja. So, fangen wir nochmal alles weg und nehmen nochmal alles mit. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, da. Das ist wenigstens auf 100 Prozent. Das ist schon mal sehr gut. Hier sind die Lappen drin. Hier sind die Lappen drin. So, Lappen. Lappeng, Lappeng, Lappeng. Äh, das Grab, wo war das? Das war, glaube ich, hier? Ja. Cool. Sehr geil. Dann haben wir hier das Essen. Und das Wasser. Cola. Und Soda. Ja, gut, komm. Den essen wir nochmal schnell auf. Der hält sowieso nicht so lange vor. Äh, hier haben wir noch einen Kanister, den, ja, zwei, ja, müssten wir schon beide mitnehmen. Aber den vollen Wasser einmal, das machen wir mal hier. So, und dann fangen wir jetzt erstmal zu unserer Behausung. Und holen da erstmal unseren Kram. Ja, würde ich sagen. Ja.